Wie ihr deutlich hören könnt, kocht die Stimmung hier fast über, am Anfang des gleich beginnenden Aufzugs, ja, heute in München am 10. Februar. Und ihr seht, der Frieden und die Freiheit sind auch wieder mit dabei, genauso die Schweizer Freiheitsgrüchler. Das wird heute hier eine fantastische Veranstaltung für Frieden und für Freiheit. Die Münchner freuen sich auch, dass die Sachsen natürlich hier so stark wieder vertreten sind. Und ihr seht, das Fahnenmeer hier hinten, das nimmt gar kein Ende.